Nice! Ein Zombie! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Oh, schon der Nächste! Ah! Ganz viele Zombies! Hilf mir! Hallo! Hallo, kannst du mir helfen? Hey, du! Kannst du mir helfen? Hey! Hallo! Kannst du mir helfen? Ja? Nein? Mann, oh! Hey, behilf bloß einmal! Hallo! Hilfe! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play! Ja, wir spielen Zombies. Der Sinn bei Zombies ist es, dass wir diese Villager beschützen müssen und es wird ein paar Zombies geben, die versuchen diese Villager zu töten. Wenn wir vor einem Zombie gekillt werden, dann ist das unser Bech und ja. Da geht's schon direkt los. Warum auch immer, wir haben eins geschärft, zwei stärker, eins und und endlich, da hat jemand grad an der Tür geklingelt. Ja, äh, ich, ähm, darf ich nicht aufmachen, wenn ich allein bin, deswegen mach ich das auch nicht. Und da vorne, okay, den Team jetzt brauchen wir nicht mehr helfen. Und, äh, und, äh, ich hab jetzt auch herausgefunden, warum es bei mir nicht mehr so laggt. Äh, also, warum es bei mir so laggt hat, wow. Ähm, es lag nämlich daran, dass ich dieses, ähm, die maximale Bildrate auf V, S, bla, warte, ich kann mal kurz gucken. Auch wenn's grad nicht so, äh, passend ist. Hier, ich hatte diese maximale Bildrate auf V, S, Y, N, C. Okay, und jetzt hab ich auf unbegrenzt, es ist halt am schnellsten und am weichesten. Ist halt immer das Special. Okay, da unten ist einer. Komm, der hat ehrlich nur noch einen. Der hat vier Leben. Junge, hä, was haben die denn für eine Schnelligkeit drauf? Äh, gut. Nein. Nein. Als ob ich jetzt ein Zombie bin. Nur weil mein Computer so geleckt hat. Scheiße. Ja, ich liebe es aber, Zombie zu sein, ehrlich gesagt. Ich mag das übelst. Go. Ja. Lisa zum, ähm, Villager infiziert. Oh, hier ist ein schöner, schöner Heilungstrank. Ich hoffe, als Zombie kriegen wir... Ah, alles klar. Kriegen wir keinen Schaden. Hm, aber es ist halt so ein... Bisschen laggig. Äh... Oh ja, super. Den hätten wir. Ist der schon Zombie? Ja, der ist schon Zombie. Das ist super. Ja, Team Zombies hat gewonnen. Gut gemacht. Ähm, auf jeden Fall. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Gib mir ein Zombie. Gib mir ein Zombie. Gib mir ein Zombie. Jawoll. Oh nein. 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 Mein Zombie. Mann, oh. Mein Zombie. Der nächste ist mein Zombie. Wie spawnen die da denn? Hm? Hallo? Hallo? Uh. Mann, warum? Ja, meiner, 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 meiner. Uh. Yeah. Aha. Uh. Okay. Das, äh, klang ein bisschen kusch. So, jetzt nicht schon runter. Ich muss hier das Rezept mal richtig verstellen. So, und jetzt müssen wir abrocken. Jetzt nicht wieder... Ja. Diese Map. Ich mag diese Map. Das war cool. Okay. Wir helfen dem Typ hier. Und ich habe Langsamkeit... Langsamkeit zwei irgendwie grad bekommen. Warum auch immer. Aber wir werden auf jeden Fall dem Villager hier unten helfen. Also geht ja gleich los, ne? Wir werden dem hier unten helfen. Und ich habe Langsamkeit... Scheiße. Hier ist schon einer von uns, Zombie. Okay, okay, okay. Okay. Was? Schwer ist der Zombie hier! Du Spock. Als ob die hier in der Nähe spawnen. Nein! 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 Wow! Nein! Komm! Hier ist eine Mine. Hier sind zwei Minen. Okay, ich brauche nur ein paar davon. 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 Und drei ist geil. Holy moly. Ich hasse die, wenn die so schnell sind. Oh shit. Schnell irgendwo verstecken. Irgendwo, wo es niemanden auffällt. Nein, 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 nein. No, klein, das Arschgericht. Du. So, hier ist auf jeden Fall schon mal alles. Komm, den schnappen wir uns. Der hat nicht mehr... Der hat nicht mehr halt so viele Ebenen. Das ist gut. Das ist gut. Puh. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Man, ich will meine Lieblings-Map haben. Auf diesem Map bin ich immer so scheißschlecht, ey. Habt ihr ja gesehen. Es gibt so eine Map, das ist so eine große Stadt, nicht so ein Dorf, sondern wirklich so eine fette Stadt. Und die hat... Die hat halt... Da ist man oben auf so einem... Die hat nicht mal allzu viel Leben. Komm, 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 ja. Oh, shit. Die ist halt so eine, wie soll man das sagen, so eine Plattenbaustadt, kann man sagen. Ja, und... Ich will mal sagen, sie ist jetzt nicht die beste Map, aber sie ist auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Maps und ich suchte Zombie momentan richtig hart, weil das ist einfach das geilste Spiel ever. Alles klar. Ähm, ja. Und ich hab hier schon wieder so ein Kabel gewurschtelt und an meiner Stimme hört man da, als ob wir sind immer in dem Team der Gewinner. Ähm, ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir noch eine dritte Runde, weil die zehn Minuten, die sind ja noch gar nicht voll, ne? Und wenn die zu lange dauert, dann kann ich halt ein bisschen. Ist ja nicht so schlimm, ne? So, da wären wir wieder. Ich hoffe, das ist nicht mein Lieblings-Map. Ähm, diese Map hatten wir schon davor und auf dieser Map bin ich echt ein kleiner Nubidubi. Aber dieser Villager und diese Leute hier werden uns beschützen. Hoffe ich mal. Und ich hoffe, ihr geht auch nicht weg. Ich weiß, von da kommen Zombies. Und da werde ich mich jetzt auch verstecken. Hier so oben. Weil die halt genau über mir spawnen dann. Wo ist's? So, ist das doch hier weg? Brauchen auf jeden Fall. Da kommt einer, da kommt einer. So, zum Glück. Warte, wir können dir ein bisschen Powder of Life geben. Ups, den hab ich jetzt gefressen. So. Wir machen uns ein bisschen vor. So, das ist aber auch nichts. Ja, auch nichts. Ah doch, da ist aber ein kleines Bies. Hä? Ach, du kleines Biest, ey. Mein Mann, mach doch nicht mal so, Junge. Mach's an den ganzen Boden. Ah, da vorn. Da vorn kämpfen wir ja noch ein paar. Zack, einfach mal reinschießen. Weil ich bin nicht so der Typ Kämpfer. So, aber den hätten wir auch noch. Kann ich noch ein Skull dazu geben? Ja. Kleines Powder of Life kann ich leider nicht schlucken. Kann man eigentlich so machen. Wir müssen noch eher als das hier so schützen, oder? Ach, das schützen. Wollen wir uns mal umsehen, was da oben ist? Ja, eigentlich schon. Weil momentan kommt ja keiner. Können wir mal gucken, was hier so oben ist. Aber ich glaube, da unten werden wir gebraucht. Nee. Oder doch? So, was für ein Glück. Was für ein Glück. So. So, dann. Wir gehen jetzt hier runter. Und. Ach so. Zack. Das ist noch ein Zombie, oder? Ja. Den haben wir. So. Ich bin nicht so der Jumpen-Jumpen-Künstler. Alles klar. Da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Oh, schnell. Du kleines Arsch. Ja, dankeschön. Hier, wir haben drei Skals. Wir haben drei Skals. Wir hatten jetzt gewonnen. Die, ähm. Ah, super. GG. Ähm. Alles klar. Leute, wenn euch diese Runde gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da und, ähm. Genau. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und, ähm, nochmal zu Repeat. Es werden wirklich gar keine Videos mehr von Repeat kommen, weil der Server wurde schon wieder geupdatet. Und da hab ich auch keinen Bock mehr drauf. Und jetzt gibt's da auch eine neue IP-Adresse. Deswegen werde ich auch nie wieder auf diesem Server spielen, weil mir das echt ankotzt. Sondern noch nicht mal bei so einer, bei so einem Vollversions-Update gibt's das. Und deswegen sag ich jetzt einfach nur, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye. Und haut rein.